hallo meine lieben willkommen bei einer neuen stierischen folge day in light so mit dominik wieder also mit dem big dome so wir rennen mal da runter wir machen jetzt mal unten hier wir haben hier noch ein paar rote pflanzen mit ja oh scheiße was auf hier geht es runter wie das hier runter fällt wissen wir nicht was die pflanzen gut sein kann aber ich glaube du kannst ja noch so was wie wie tränke oder sowas machen habe ich schon gesehen hier so aufputschmittel habe ich gelesen achten der schaden und so ja wo ich jetzt wieder einer der hilfe brauche oder was wo ist er denn gibt sie was hier liegt der brett oder wo es liegt da sind wir gar nicht dran klar aber so wörtlich gibt es hier nichts gelabert auch einer wenn man nicht aber ich weiß nicht wo ist ich höre nichts hat einer gelabert hier drüben guck mal hier drüben ist ein welcher ach hier wo ist das militär gibt es kein militär gibt es hier was schönes oder hier hinkt eine axt oder schon was hier und spaten dominik nimm mal mit das ist aber ganz schön aua hatte ich zuerst sagen hier ist eine figur zombiefigur hab ich sie gefunden auf dem tisch hast du schon ne habe ich jetzt auch gerade aufgenommen das gibt es hier noch nichts mehr war ich glaube es gibt 150 sammelobjekte hier ist eine nachricht auf dem tisch hast du auch gesammelt ne habe ich nicht ist ja auch nicht schlimm eigentlich wollte ich ja nur durchrennen und äh aber ich kann es wieder nicht sein dass ich bin der richter ja ja ich kenne das super wie bei hello hallo ist es genau dasselbe hello hallo was denn jetzt ja das ist ein combi die aushalten sie aushalten ne das machen wir nicht töten sie wie die meisten zombies waren wir hier schon Das ist auf jeden Fall Zeug. Müll. Brauchen wir. Oh hier ist Alkohol drin. Oh ja. Hier ist noch eine Kiste hier unten. Hier ist auch noch. Oh hier ist Schlupper knacken schwer. Wo ist das hin? Ja muss ich erst mal gucken. Wo hier das Frisch ist. Oben ist auch noch ein Schrank Dominik. Da ist eine Sprühdose drin. Und ein Muld ist hier auch. Erst einen Schrank habe ich. Das haben wir hier drin. Kosmetik. Wertvoller Gegenstand. Oh geil. Kosmetik. Kann man verkaufen. Mal gucken ob ich jetzt andere Sachen rausziehe. Kann man verkaufen. Kann man verkaufen. Also Leute das mit dem Rausbruch mache ich nicht alles gell. Wie gesagt. Nur das was uns gerade. In die Wiege gelegt wird wenn wir gerade unterwegs sind. Aber ansonsten mache ich hier. Mache ich das nicht. Weil. Ich finde die meiste Beute. Gut das kann man unterwegs mal machen. Aber was hast du denn da schönes. Nur mal Kosmetik. Oh ich hab da jetzt nur Kaffee rausgeholt. Du hast aber jetzt nicht von deiner Freunde den Schrank geöffnet. Wo die ihr ganzes Zeug drin hat. Aber ich nicht. Morgen heute nütze oder rum. Wo ist denn meine Kosmetik hingetan. Kann man hier noch hoch gehen irgendwie. Ne gibt es wahrscheinlich nichts ja. Also meine Freundin zum Glück nicht so mit ihrer Kosmetik. Achso stimmt. Die ist ja nicht so ein. Also die macht sich auch mal schick. So Püppchen. Ja genau. Püppchen ist sie nicht. Müssen wir jetzt durch den Tunnel oder was. Ne durch den Tunnel gehe ich nicht. Oder müssen wir jetzt ja durch. Oder unten dunklen oder was. Dann müssen wir wirklich durch oder was. Weiß ich. Weiß ich nicht. Na jetzt sterben tun wir nicht. Gibt es hier was schönes. Dann machen wir hier deinen Hightech. Warte mal. Du hier ist ganz schön dunkel. Ach du meine Güte. Das ist alles gelöst. Oh. Hier ist alles voll. Oh. Hier ist alles voll. Eine Spiegel mit auf. Schick mal weg. Hier. Hier gab es schon Gemetzel auf jeden Fall. Ein Inventar ist voll. Mit Waffen zumindest. Aber dasselbe Busfahrer wie hier vorne in dem Bus. Der bestimmt ein Zwilling. War da ein Blutrocher drinne. Ne aber der hat jetzt ein Bild hängen gehabt. Wie der andere Bus. Ach so. Deswegen. Hier los ist. Was gibt es nicht hier. Was sollte das sein. Oh. Das wollte ich gerade sagen. Aber es kommt ein Zombie auf mich zu. Da muss man eigentlich hin. Hof oder was. Was. Ne. Da. Ne. Wir müssen da runter irgendwie. Ne. Wir sind tot. Ne. Hier ist noch nicht hin. Hier kommen wir drüber. Hier vorne. Oder? Hier bei mir. Also ich bin nicht drüber. Ich auch gleich. Okay. Dann komm mal runter nach oben. Muss mal schön alles abchecken hier. So was es gibt. Machen sie die wertvollste Beute. Das ist ja Quatsch. Hier gibt es ja gar nichts. Gasi sind sie da? Auf mich. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also mach Mama lieber happy. Gasi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein. Ich heiße Crane. Crane? Das räumt sich auf Crane und Dane und Zane und Lane und Main und Nain und und auch auf. Darf ich reinkommen? Nein. Nein. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag. Und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie. Und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gasi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo. Dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag. Und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh. Und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, nee. Das ist jetzt echt so viel. Keine Diskussion mit Gasi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Ich glaub, der ist ein bisschen rum. Der ist mehr als rum. Der ist rum. Hier gibt's ja gar nichts. Nicht mal was. So Gasi. Ach da hinten müssen wir hin. Naja. Damit wird zurück klatschen. Naja. Können wir doch. Wieder durch den Tunnel. Hm. Nee. Müssen wir gar nicht. Oder? Wollen wir nicht? Nee. Doch. Müssen wir. Jetzt kommen wir ja nicht zurück. Naja. Wir können doch oben auch lang laufen. Oder? Echt? Wüsste ich nicht. Jetzt kann ich hier noch lang laufen. Na, weil musst du... Nee. Wüsste ich nicht wo du bist, Alter. Na, ich bin hier. Da oben drauf. Könntest du auf den Schrottplatz hüpfen? Ja, da kommst du aber auch nicht weiter, oder? Nee. Dann laufen wir einmal mal drum rum. Hier kommt man vielleicht lang. Ne, zieh hoch. Jetzt sind wir auf dem Highway. Jawohl. Taugt fertig wahrscheinlich. So. Hallo. Inventars voll. Oh, hier gibt's Pistolen-Munition. Fackle-Pakete. Bisschen tu, Junge. Kann man wohl looten oder was? Aber die Autos kann man nicht aufmachen, gell? Äh, zumindest... Nur die Transporter quasi, was du gesagt hast, vorhin. Ja, das ist eins. Was du aufmachen kannst. Was? Hier ist Pistolen-Munition, Zigaretten und Fackeln drin gewesen. Oh nein, looten wir uns hier. Na gut, weiter geht's. Gibt's hier? Hallo lieber Busfahrer. Gibt's hier. Gibt's bestimmt auch was sehr viel Pistolen drin. Hm. Na da auch. Oh, hier war auch noch was. Da war auch ne Tasche hier hinten. Ja. Ui, da war nichts drin. War nichts drin. Was saß denn? Das ist ne Kiste. Musch aber erst aufknappen. Ha. Offen. Bisschen richter Ptacker, Alter. Ja. Ne. Hier kommen wir runter. Ich glaube wir müssen hier hin. Gehen aber auch nicht auf die scheiß Türen, gell. Kannst du machen was du willst. Wir müssen bestimmt auch von oben rein. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Der Polizist, gehen sie mal weg hier. Der Polizist, unten, ist das los. Wir müssen ja noch nicht auf die scheiß Türen. ähh? besorgen sie sich die Pralinen auf, wie komm ich da rein? oh wo kommst ihr jetzt her? geh mal weg hier du komischer Anzug tiny da hat eine flasche hinten drauf ich glaube die exklusiv hat sie zerfliegen und tausend leideteile gibt's geld ich habe den einen nicht gerade hin und durfte schlafen hier dominik halt sie mir vom leib ja das war so einfach ich hab's offen komm rein meine fresse nicht jetzt jetzt kommen sie alle macht hier zu charlie charlie die können die tür nicht aufmachen hier ich hab sie da gibt's aber auch nicht mehr gell doch die kasse kann man noch plundern sind 7,9 dollar drinnen jetzt können wir hier die tür aufmachen da steht aber ein zombie vor der türe kannst du aber auch hier raus gehen kann man auch wo müssen wir jetzt hin da drüben hin hier 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 wollen wir nicht da hinter uns ist ein super zombie dominik wo ist er hier mal oder ob hier auf auch wir hier Juhu! Oh, hier ist eine Kiste! Oh, da kommt der hier hoch! Geh weg! Oh! Weg! Jetzt noch einmal! Kommen wir echt hier hoch oder was? Der Tod oder was? Ja, der ist runtergefallen zu gestorben. Boah! Jetzt! Ist hier drin oder was? Das Zeug was wir brauchen? Ne, ist es nicht! Wo könnte das jetzt sein, Dominik? Liegt's hier oben irgendwo? Hier ist es doch! Ne, hier ist ein Radio! Ja! Tanzen! Also hier ist es auf jeden Fall nicht, Dominik! Ja, es ist im Gebäude irgendwo! Müssen wir nur irgendwie da reinkommen! Hier ist auf jeden Fall die rote Tür, die man auch dann aufregt! Da muss irgendwo... Noch ein Eingang sein! Eine normale Tür! Bestimmt vorne! Ja! Ach, hier! Junge, ich habe den Spaken mit Einschlag garantiert! Wow, die dahin! Underwege! Ich habe es nicht gesehen, dass ich es nicht gesehen habe. schön 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 scheiß pralinen hier finden hier gibt es kaffee dominik kaffee ist 100 wert hast du schon aufgehoben? ne hier kommen gerade andere zombies rein achso ich habe die pralinen gefunden ist auch noch mal kaffee das ist richtig das wertvollste ausdrück wertvollste beutel beute beutel der lohnung 1 sind in führung da ist schon viel kaffee hier drin ja hier oben ist auch noch was da können wir uns dann zwölf ballern ins kaffee delirium können wir uns da ballern so da können wir eigentlich zurück mieses rinde alter müssen wir jetzt überhaupt hin ich sehe es gerade nicht ne wir haben doch gerade die herausforderung ach so deswegen müsste gewonnen wenigstens ich nicht warum hast du zu viel auch wenn du schon vorher eingesammelt hattest ach stimmt das kann sein das war natürlich dämlich da hast du recht dachte ich bin schlau wüsste wie kannst du eigentlich das zeug ganz machen äh du musst glaube ich instrumentar und da ne das kannst du auch so machen von draußen ich glaube nach oben ne ne du musst glaube ich irgendeine taste halten während du sie war von der hand hast ne ach hier bargeld teil teil ach du musst dings drücken burn die wrissell jetzt einfach nur y gedrückt halten agents fub warum organisation und Chemnet Ja, ich versuche es mal zu knacken. Scheiße. Oh hier, du kannst doch die Autos knacken, die Kofferraum. In den kleinen Autos. Ey, das ist ja sauschwer, ey. Oh, ich hab's. Ne, ich hab's nicht. Ich hab's. Ich hab's auch. Gibt's Pistulmunition. Das war's aber auch. Wo bist du? Na hier. Wie geht's vorne? Das kannst du aber nicht bei allen machen, ne? Nee. Wirst du gucken? Ja jetzt. Zum Beispiel ist mir offen. Ah, fuck. Guck mal nicht runter. Guck mal, da ist noch so einer. Ja, aber sind so viele Zombies, Dominik? Boah, sehr schwer. Mal aufpassen hier. Ach, da sind Säcke gewesen, die hab ich nicht gesehen. Solange man da nicht daneben sitzt, passiert das nicht. Und das ist genicklich. Kennst du hier mal da aus, gell? Ja, aber ich muss mal was hier drin. Da kennst du hier mal da aus. Hallo, Spieler. Oder hier? Ja. Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Ein Hoch auf Gazi. Ja, dann geht's ja. Oh ja. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. Wird doch gleich durchs Dach gehen können. Ja, helfen wir eigentlich nicht. Wo können wir da eigentlich hin? Ja, wo kommt's hier hin? Ja, da bist du auch schon vorguckt. Da müssen wir wahrscheinlich oben auf die Brücke drauf, Dominik. Und dann von oben runter hüpfen. Ja, da ist aber ein Taum dazwischen. Ach, von da oben. Äh. Hm. Das ist ein mieser Peter, der Kunde. Da ist der Kunde. Da hat er jetzt auch geschafft. Oh, da ist geschafft. bist du hochkommen oder was also ich bin hier oben und hier gibt es aber auch da oben da kommst du lang ach so alles klar ich weiß wie lang bist du hier hoch muss dann richtig anlaufen ich habe es geschafft aber ja noch mehr solche springer ich habe nicht geschafft ich habe mir das genick gebrochen ich bin aber ins wasser gefallen und bin trotzdem wie kann das passieren 80 habe ich verloren was passiert man da erfahrungspunkte oder geld weiß ich nicht auch 80 verloren was auch immer aber wo sind wir denn jetzt wunderbar ist aber weit weg das ist ein scheiß ich war aber dran eigentlich geld das war das komische dazu festgehalten das war es ja keine autoren ja und hier kommen wir auch dort aber ich glaube anders können wir fahren wir müssen über den wir müssen da hin ich glaube es auch ja jetzt bestimmt metallschrott kommt es nicht hoch war ein rohr bei mir so ich würde sagen müssen leider die folge die zeit ist schon wieder rum also dranbleiben wenn er sehen wir wieder sterben und im wasser nebeneinander liegen also bis zum nächsten mal euer pepe und rein